ja danke fürs zuschauen schlaf gut und auch der schon wieder schlaf gut dann alle die schlafen gehen schlaf gut wundervolle träume ich mache euch mal allzu lang als wir auch nicht mehr aber ich denke die runde machen man auf die runde macht man auch ich habe heute eine menge spaß gehabt eine menge spaß wir haben den bümmelmann in den schlaf gut der leute letzte runde hier machen sie die letzte runde wenn die erfolgreich wird letzte runde leider ist die letzte runde für uns meridio weil ich nicht level aktuell hier spielen gerade ein level einst weit er hat keine perks und der ist rang zwölf oder feilen steller also den den feilen steller erkennst du an den seilen am haken und den hillbilly er hat gar nichts am haken er ist rein aus metall wir haben dead space 2 gespielt will paul dead space 2 wenn wir auch morgen weitermachen bist du feier bist du linkshändler nein ich bin rechtshändler ihr wisst ja ein weit muss helfen wir helfen ein twight muss helfen ein twight muss helfen ein twight muss helfen Was meint ihr? Ist das ein Camper oder nicht? Ich glaube, das ist kein Camper. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Killer. Einer der besten, den ich je gesehen habe. Nee, das ist kein Camper. Der hat das Spiel raus. Der weiß nicht, wie funktioniert. Ja, das ist definitiv ein super Killer. Also, haben wir gar keine Chance. Tut mir leid. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Bam. Der arme Delta, ja. Bis zum Tode zugeguckt, wie er gehängt wurde. Das ist taktisches Warten. Auf seinen gehängten Kollegen einschlagen. Ja, Snipe Tracks. Ich kann nicht lesen. Ich streame noch dieses Spiel. Das ist mein letztes Survivor Spiel. Wenn ich es schaffe, ich muss survive. Wenn ich survive, ist es mein letztes Spiel heute. Da mache ich morgen weiter. Kultur, richtig gut, richtig gut. Ist hier ein Ausgangstor? Nee, ne? Kurz mal gucken, ist hier ein Ausgangstor? Hi. Okay. Aber er hat gut geblockt, ja? Ich sehe leider keine Paletten hier. Daneben. Los, da lasst du bitteschön. Oh, ein Leck. So ein Leck habe ich noch nicht gehabt, du. So ein Leck war gerade unmöglich. Habt ihr das gesehen? Vor allem war ich auf der anderen Seite der Palette. Ich würde gerne helfen. Würde ich sehr gerne helfen. Aber ohne Heilung. Mein eingehen der Generator ist fast fertig. Und ich bin der Meinung, der Killer ist ein Ultracamper. Wir machen den Generator und dann ab. Oh, Stack ist eh tot. Er hat selbst Mord begangen. Hm... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Killer ist hier. Hab ihn gesehen. Hab ihn gesehen. Also, der eine Generator, dem fehlt vielleicht 1%, 2%. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also, ganz ehrlich, der letzte Überlebende, ja, das ist ein Typ, du. Was macht der letzte Überlebende? Da ist ein Generator auf 1%. Da ist ein Generator auf 1% und du kriegst ihn nicht hin. Was macht dieser Überlebende da noch? Oh. 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 Mann, ich juke da mich. Ich habe keine Ahnung, was der FNC-Sword macht, aber ich werde es mit euch angucken, was der gemacht hat. Einmal mit Profis arbeiten, du. Einmal mit Profis arbeiten. Ich meine, mehr kann ich gar nicht ablenken, ja? Ganz ehrlich nicht. Mehr kann ich gar nicht ablenken. Nee. Tut mir leid, Leute, ja? Mehr kann ich nie abladen. Ich weiß nicht, was dieser Typ da macht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dieser FNC-Sword ist der größte Pisser, den ich erlebt habe. Okay, sagen wir mal so, ja? Er macht irgendwas nicht Konstruktives. Da ist ein Generator, Leute. Auf 90%. Und das ist nicht dieser Generator. Ein anderer. Ich mache den jetzt fertig. Ich mache diesen Scheiß-Generator jetzt fertig. Der Killer prüft gerade diesen Ausgang. Und er macht den auf, ja? Oh, ich hätte so gerne gesehen, was der gemacht hat die ganze Zeit. Wirklich. Ich hätte gerne gesehen, was du gemacht hast. Wir haben alles gemacht. Guck mal, die Raben. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal die Raben an. Die kreisen sogar noch um sie. Die Raben haben noch gekreist um sie. Die Raben. Die hat nur gehockt. Die hat nur gehockt, Leute. Die Raben waren um sie herum. Ein Downrank. Ein Downrank hat sie gekriegt. Aber hey. Man muss sie zugute halten. Sie ist Rang 20. Und vielleicht kennt sie das Spiel noch nicht so gut. Kann ja sein, ja? Vielleicht kennt sie das Spiel noch nicht so gut. Ich wusste leider nicht mehr, mit was für Leuten ich spiele. Ich bin ganz ehrlich. Ich wusste nicht mehr, mit was für Leuten ich spiele. Wenn die Raben um einen kreisen, ist ein Survivor mindestens 45 Sekunden lang hat sich nicht bewegt. Ohne sich zu bewegen. 45 Sekunden. Ein Rabe. Ja. Aber wir sind die einzigen. Wir sind gerade die einzigen mit einem Uprank. Alle anderen haben einen Downrank. Ne, ne. Sie wird ganz brandneu sein in dem Spiel hier. Sie wird ganz brandneu sein. Die hat enorme Angst. Dürfen wir jetzt nicht übel nehmen. Sie ist wahrscheinlich enorm neu in dem Spiel. Naja, sie wird Level 15 sein. Ne. Level 15 wird sie sein. Und das war's. Naja. Leute, sie ist trotzdem neu. Ne. Vergeben bei ihr. Sie ist neu. Sie ist neu. Aber die Raben waren lustig. Über sie. Die Raben hast du gesehen. Die hat trotzdem einen Downrank bekommen. Sie hat trotzdem einen Downrank bekommen. Leute, irgendwie.